Was jetzt hier gerade passiert, habe ich gerade erfahren, ist live, ich weiß von nichts. Und er hat mich gerade ums Mikrofon gefragt und gebeten. Also ich übernehme keine Verantwortung für das, was jetzt kommt, aber ich vertraue dir. Ich gebe das Mikrofon und bitte. Danke Thomas. Also herzlich, herzlichen Dank Thomas, dass es mir die Gelegenheit geht, um das zu machen. Aber ich werde immer in französisch, weil LR uns eine unglaubliche Möglichkeit hat, um ein neues Leben zu entwickeln. Ich habe eine große Entscheidung in meinem Leben, es drei Jahre alt. Und mit LR, seit einem Jahr und ein halbier jetzt, ist es ein ganzes Glück. Und mit dir, mit dir, Aurélie, es ist jetzt schon ein guter Moment, dass du mit mir und mit meinen Kindern zusammenbrennt. Aber das ist nicht genug. Und ich denke, mit so vielen Täumenen, mit mehr 2700 Täumenen, ich würde mich fragen, ob du bist eine Prinzessin heute gekommen bist. Aber ehrlich gesagt, ob du willst, ich will nicht sagen Thomas, ob du willst du mit meiner Prinzessin sein? Nein. 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 Applaus 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 Okay, merci. Ich wünsche, ich bin bereit. Ich war auch überrascht. Ich, wir, wir wünschen euch das aller allerbeste und mehr kann ich nicht sagen, ist auch nicht mein, ich wünsche euch die beste Zukunft überhaupt und wenn wir irgendwie an eurer Seite stehen können, wir werden es immer tun. Alles Gute. Ja, prima, danke.